Hallo zusammen, heute ist Tag 5. Heute wollen wir mit euch eine kleine Führung machen. Wir können euch ein bisschen was erzählen, wie wir das Programmverfahren haben können um Back to it. So, der Eingang ist, wie ihr mal seht, was wir im Back to it haben. Das bedeutet, das kann sich jeder, also wirklich jeder, egal ob er Händler, Verbraucher oder sonst ein Privatmensch ist, der einfach Lust an ein paar Tonka-Proben haben und Lust daran hat zu sehen, wie wir arbeiten und wie das entsteht. Der kann hier einfach kommen und sich das anschauen. Genau, um euch einen kleinen Einblick mal zu geben, werden wir euch am Anfang mal unsere Tourstelle zeigen. Die Open Factory Tour startet meistens. Leider ist heute keine Back to the Tour bei uns. Deswegen zeigen wir euch jetzt erstmal den Anfang. Und ja, schaut einfach mal zu. Das ist hier unser Zuschnitt. Da werden alle, was wir anwenden, die zur Rucksäcke und für alle anderen Berufe benötigt werden zugeschnitten. Und ja, einfach mal drauf schauen. Und ja, einfach mal drauf schauen wir uns, Sehr cool, ich kann mal nicht laufen. So, dann schauen wir mal sofort zum Verlager. Da ist alles, was wir brauchen und Materialien verwaltet. Vom Stopp, dem Mapping, Stückknöpfe, alles was dran ist. So, wie gesagt, wer mehr sehen will, geht einfach auf die Webseite www.openfactory.tatonga.com Genau, da könnt ihr euch einfach anmelden und jeden Freitag wird diese Führung genießen. Also, ciao! Ciao! Okay, ich melde mich nochmal aus unserem Sample Room. Den habe ich euch noch mal vorgestellt. Hier werden unsere Muster genäht, die wir für unsere Meetings und für unsere Shows brauchen. Und jetzt gerade haben wir live auch mal eine Szene, wo die Martina unseren Yukon bespricht. Das ist wohl noch irgendein Problem, das gelöst werden muss. Ich dachte, das bekommen wir ganz gut hin. Jetzt machen wir mal weiter. Also, wir haben hier so etwa, würde ich sagen, 15 bis 20 Muster näher. Und hier ist eigentlich ständig Rambule. Also, in dem Sinne, bis später. Ciao! 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 Vielen Dank.